Der neue Film von Hannes Mayer, Melting Pot, gefällt mir auf alle Fälle sehr gut. Ich glaube, dass der Hannes es gut rüberbringt, wie die Innsbrucker Kletterszene so dickt und wie freundschaftlich das Ganze eigentlich auch abläuft. Deshalb kann ich mich schon in dem Film wiederfinden. Ich denke mir, dass Melting Pot sehr gut gelungen ist, der Film von Hannes Mayer. Er zeigt Teile der Innsbrucker Kletterszene, also alles zu zeigen wäre unmöglich. Er hat jetzt einfach gewisse Sachen rausgepickt. Es ist nicht einmal alles vorgekommen, was wir gefilmt haben. Es ist wirklich nur ein Auszug und ich glaube, man kann sich das wie die Spitze des Eisbergs vorstellen. Man sieht da einige Sachen, aber es ist in Wirklichkeit noch viel größer und vielleicht noch viel vernetzter, als es dargestellt ist. Das Klettern bringt mit sich, dass es einfach mehrere Disziplinen umfasst. Und weil man jetzt in einer sehr gut ist, sagen wir jetzt bei mir das Bouldern, ist klar, dass man den anderen jetzt vielleicht nicht auch auf dem hohen Level ist, aber es fällt natürlich leichter, dort auch recht gut zu sein. Und so habe ich genutzt, meine Stärke aus dem Bouldern auch auf des Vorstiegs- oder Seilklettern umzulegen und dann die gewisse Stärke auch bei den Salpinen Sportklettern, was ich jetzt eher weniger mache. Und so schaut das von außen aus, als ob es jetzt ein Tausendsasser ist, aber es ist eigentlich schon das selbe Sportart. Und dadurch fällt es auch leichter, das zu kombinieren. Ich kann das Klettern als Frau jetzt nicht mit einer anderen Sportart als Frau vergleichen, sondern nur am Klettern an sich, weil das mein Sport ist. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich als Frau gewisse Sachen zu trauen und einfach sein Level anzuheben, ganz egal, was nebenbei die Männer so machen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, als Frau sich nicht einschüchtern zu lassen von Männern und dass man einfach sein Ding durchzieht oder versucht sein Ding durchzuziehen. Und ich glaube schon, dass man dann ja auch schwere Sachen machen kann. Ich meine, ich glaube, diese Frage, ob man jetzt auf das genau gleiche Niveau oder auf ein höheres Niveau kommen kann als Männer, das ist einfach von der Füße schwierig. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man sich als Frau nicht einschüchtern lässt. Ja, wie ich mit dem Wettkampfklettern angefangen habe, habe ich natürlich Vorbilder gehabt, die gute Wettkampfkletterer waren. Aber ich bin dann relativ rasch draufgekommen, dass alle Vorbilder, die ich mir gesucht habe, auch ihre Schattenseiten gehabt haben, die mich nicht so inspiriert haben. Und seitdem ist für mich Vorbildrolle immer aufgeteilt auf mehrere Personen. Also ich bin mir inspiriert, wie ein Yushi Hirayama immer mit einem Lacher runtergekommen ist, vom Felsklettern oder beim Wettkampfklettern. Oder wie es Leute gibt, die einfach keine Angst haben und dann Leute wieder, die sich mit ihren Körper so stark beschäftigen oder die das Soziale so sehr betonen im Klettersport. Und für mich ist es einfach wichtig, nicht eine fixierte Vorbildrolle zu haben, sondern einfach das Gute quasi aus den Leuten abzuschauen. Ja, in gewisser Weise haben wir sicher Vorbildrolle, die anderen, weil wir im Wettkampfsport sehr erfolgreich sind und andere Leute unsere Position, sagen wir mal, gerne hätten. Und das fängt bei der Jugend an und geht auch bis zu erwachsenen Leuten, die im Weltcup mit starten. Und die sehen jetzt auch nicht uns im Gesamten als Vorbild, glaube ich, sondern die hätten teilweise gern den Erfolg oder den lockeren Zugang oder den Lebensstil oder die Möglichkeiten im Innsbruck so zu trainieren. Und in gewisser Weise sind wir da sicher auch Vorbilder. Also bei mir ist es mit Vorbildern sehr ähnlich wie beim Kilian. Es ist so, dass es Leute gibt, die mich inspirieren, von denen ich mir Sachen abschauen kann. Aber im Endeffekt will ich meinen eigenen Weg gehen und schauen, wie ich das Beste daraus machen kann. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man Leute im Kopf hat, auf die man schauen kann oder wo man sich inspiriert fühlt einfach. Also wenn wir erkannt werden in Innsbruck, dann ist es immer auf eine höfliche und freundliche Weise. Es ist so, dass die Leute sagen, wow, gratuliere zu deinen letzten Erfolgen oder cool, was du so machst. Und das ist eigentlich immer, ja, irgendwie eine nette Art, wo man sich denkt, wow, ganz cool eigentlich. Also es ist jetzt nie so, dass man sich denkt, wow, voll nervig, der kennt mich jetzt schon wieder oder so. Also so einen Hype wie Skifahrer zum Beispiel haben wir einfach nicht und da bin ich eigentlich auch froh drum. Und deshalb erlebe ich mich selber eigentlich nicht als Vorbild. Ja. Aber bei mir ist es eigentlich so, dass durch meine Verletzung will ich jetzt einfach nur mehr klettern gehen. Also ich bin jetzt seit zwei Monaten daheim gesessen und da habe mir die ganze Zeit gedacht, boah, das Liebste, was ich tue, ist klettern gehen. Und ja, ich freue mich jetzt einfach drauf, wenn ich das wieder machen kann. Egal, wo der Pick dann ist, egal wie. Ich meine, natürlich will man dann ein gewisses Level, vor allem im Wettkampf. Dadurch, dass man weiß, man kann gewinnen, will man da wieder zurück. Aber insgesamt geht es mir jetzt eigentlich darum, dass ich wieder klettern gehen kann. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass man eine gewisse Motivation erhält, um dann immer noch zu klettern. Aber wenn mir in 20 Jahren das Klettern nicht mehr taugt, dann wird mir eine andere Sportart taugen. Wichtig ist, dass es einem Spaß macht und dass man wo aufgeht und dass man sich irgendwo eine Erfüllung holt. Und ob das dann Klettern ist oder Kitesurfen oder Schachspielen, das ist ganz egal. Ich denke mal, es ist inspirierend, wie solche Leute wie der Gerhard oder der Beat das über so lange Zeit aufrechterhalten haben. Und wie es für mich selber ist, weiß nicht, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich das beantworten kann. Also ich vertritt seit längerer Zeit die Meinung, dass der schwierigste Kletterzug an sich, der einzelne Zug, jetzt nicht so viel schwieriger werden wird, als er jetzt ist, weil sich das anatomisch und physisch einfach schwer ausgeht, dass er doppelt so schwer ist. Aber es ist ganz leicht, die Anzahl dieser schwierigen Züge, die am Limit sind, zu verdoppeln jetzt. Das heißt, ich kann aus 9b+, sicher mal 9c, 9c+, 10a machen. Das wird sicher mal der Fall sein. Wie schnell es geht, weiß ich nicht, aber die Jungs arbeiten hart daran und es geht auch echt viel weiter. Aber es wird sicher über die Länge der Boulder- oder der Sportkletterrouten entschieden. Hier ist ein Bestenigeres November 2. Woher der Quốc ist, wird sich seit 19Bien sein. Aber diecloud- oder dem, der in Universität Multiplänerin weiß, war und in der ичего mehr suitcase, war und unterirdisch damit. Herr, das ist heute überpolizei, kann verantworten. Vielen Dank.